Oh, ist der Feldweg? Ich wollte es gerade sagen, es ist auch schon Feld. Monster Auto. Okay, hab den Monster Party. Und jetzt mach es dann, mach Emilio. Wow, guck mal, das Auto bin ich schnell. Der ist vorne nun vorbeigefahren. Ich hab doch vorne. Seht ihr nimmer, schnell, ich muss mein Dings wegpacken. Hey, wenn du mich überfährst. Ach, nee, ist ein Rasenmäher. Schade. Man läuft nie, Mandy. Hier ist langweilig. Hast du uns noch was zu bieten, Schnecke? Jo, juhu. Schnecke, willst du mal Legge? Aber. Jo, das ist Fendi Benafi. Genau. Okay, schau auf. .